Streetlight Streetlight Was ist euch das Pfand? Der Ring, den sie mir geschenkt haben. Der Ring? Wie heisst sie? Rahel und sie heisst Nora. Rahel und Nora. Ihr seid euch bewusst, dass der Ring quasi das Ende einer langen Freundschaft sein wird? Nein, das Ende der Freundschaft nicht. Nein, das war eine Fangfrage. Also Der Ring? Von der Nora. Ich habe ihr geschenkt. Warum? Als Freundschaft für Geburtstag. Geht ihr in die gleiche Klasse? Nicht mehr. Wie alt seid ihr? 16, 15,5. Wir haben eine Tolle. Und hier in die Tolle gehen fünf Schnür. Ah ja. An einer Schnur hangt euer Pfand. Und das Pfand ist an dieser Schnur mit einem Knopf drin. Also das Pfand geht in die Mitte. Ganz schwere Frage für den Anfang. Wer ist 1960 Schweizer Fussballmeister geworden? Ich kann ja auch nichts dafür. 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 Ich habe diese Fragen zum Anfang um. A. GZB Young Boys. 1960 Erster Fussballmeister. Ah. 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 GZ sind 1960 Schweizer Fussballmeister geworden. Ist falsch. Ah. Wir sind genial. Young Boys. Fangt schon gut. Das kann nur noch besser werden. So. So. Hier oben halten. Hier oben halten. Gut halten. Hier oben halten. Und jetzt dürfen wir hier nur abeinander schneiden. Mit der Schere. Nein. Du schneidest. Also einfach einen Faden schneiden. So. Achtung. Konzentriert uns auf den Faden. Dann musst du ja den Rest erheben. Wir konzentrieren uns auf den Faden in der Mitte. Achtung. Oh. Hallo. Nein. Wir sind genial. Es ist ja eine schwere Frage gewesen. Ja. Ich meine, vorher hätten wir alles können. Ja. Oh. Aber ihr habt einen anderen geholfen. Das ist auch schon gut. Oh.